Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ridingrad mit der Questreihen-Saison hier. So, dat haben wir fertig. Fehlt noch die Enderlily. Die war, glaub ich, relativ teuer. Äh, weiß ich gar nicht mehr, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir haben ja ganz viel. Solid Ender, um, also Enderperlen. Oh Gott, so viele Enderperlen. Hab ich so viele Enderperlen? Hm, gute Frage. Gucken wir mal. Hu, tsch, tsch, tsch. Wo ist mein... Schön, schön. Äh, Enderperlen. Sechs Stück. Oh, da hab ich ja wirklich sehr wenig. Neun. Das ist ja quasi nix. Gibt's noch ein paar Endemands, die ich grad... Nee, ich hab grad kein Dingens da. Schaut den, schaut den. Hallo. Enderperlen. Wo hab ich denn... Das ist keine Enderperle. Das sind Enderperlen. Okay. Wie viel brauchte ich? Acht, ne? Sechs. Fehlen noch acht Enderperlen. Okay, dokey. Ah, die können wir ja eigentlich für... Vier mal Blut. Fünf Enderperlen. Okay. Äh, vier Liter waren das, ne? Vier Liter. Eins, zwei, drei, vier. Und das Dingens... Dings? Wo ist es? Äh, hier. Festsystem. Block. Dings. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Äh. Hm. Hier nicht, dort nicht. Wo hab ich's hingetan? Da. Wo ist es? Irgendwo muss es sein. Kann ich hier einfach so reinkippen? Ich hab keine Ahnung. Äh, schwupp. Dann einmal den Quest auswählen. Achso. Ah, nee. Äh, Select Task. Schwupp. Dann einfach... Klöp. Nein, oh. Schlechte Idee. Gut. Hab ich nicht hier irgendwo noch... ...en Tank rumfliehen? Zufällig. Nee. Altem Ducks, Fluiducks. Puh. Ist da noch drin? Fünf. Dann nehmen wir da noch einen Liter raus. Und dann... So, und dann vier. Schwupp. Und fertig. Clean Reward. Vielen Dank. Ich lass das Ding einfach mal da stehen. So, Cooldown ist... Reset in 16 Stunden. Okay. Gut. Gut, gut. Dann können wir jetzt das Blut da wieder reinkippen. Wunderbar. 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 Fehlen noch drei Enderperlen. Das heißt, ich würde sagen... Viecher schlachten. Viecher schlachten. Klingt brutal. Okay. Mhm. Hey. Wo ist mein Erste? Das kann ich doch nicht von meiner Hauptbar runternehmen. Das geht doch nicht. Ach ja. Ich könnte auch. Warte mal. Von welchem Ding wird das eigentlich genommen? Ich hab keine Ahnung. Und Apprentice. Immer alle mit. Die wir so haben. Das rote Ding. Die drüben liegen. Ja. Divination. Was sagt? Blutpuller. Wow. Der ist voll bis Proppe oben hin. Das ist gar kein Thema hier. Uhuhu. Schön. Endymans. Wo seid ihr? Ich brauche euch. Da hinten ist einer. Ich sehe dich ganz genau, mein Freund. Komm her, Endymans. Du willst es doch auch. Komm, 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 komm. Ein Schritt noch. Komm schon, Endymans. 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 Du bist doch Angry Man. Du bist ein Angry Man. Ich brauche mal Platz hier. Ich brauche mal Platz für meinen Endymans. Weg, weg, weg. Alle weg. Weg. Du auch weg. Da ist er. Ha. Erwischt. Da kam auch eine Endepelle raus. Ich habe es genau gesehen. So. Baby Zombie. Vier. So. Zack, zack, zack. Ach, kommt schon. Noch ein Endymans. Noch ein Endymans. Okay, guck mal. So. Habe ich Enderperlen ein? Achso, die ist noch übrig. Nee. Enderperle. Geht mal weg hier. Ich brauche Platz für Endymans. Meine Güte. So viel, viel. Ja, das ist doch schon krass. Endlich Down. Gut. Nein. Schupp. Creeper weg, Creeper weg. Meine Güte. Leute. Entspannt euch. Ist ja schlimm. Ich sollte hier vielleicht demnächst mal einen Grindr hinstellen. Das ist doch sowieso eine gute Idee für den ganzen Überschuss, um ihn loszuwerden. Vielleicht, glaube ich, nur ein Stückchen Energieproduktion. Nehmen, was essen. So, hier noch irgendwelche Endymans Perlen rum. Nee. Ist da noch ein Endymans? Da ist, ist da noch einer? Ich kann es gerade nicht erkennen, ehrlich gesagt. Macht doch mal Platz für die Nachkommen, bitte. Komm schon, Endymans. Ist da ein Endymans? Glaube nicht. Schade. So, können wir mal einen Creeper explodieren lassen? Ich hätte ein bisschen Platz. Gerne. Hallo? Danke. Sehr schön. So. Da kommt ein Endymans. Ich sehe es genau. Ich habe dich gehört, mein Freund. Komm her. So, angetitscht ist er. Und, komm schon. Aus dem Weg. Da. Down ist er. Enderperle. Zwei. Da ist noch einer. Down. Hm. Sieht schlecht aus. Ich will doch nicht mehr die ganze Zeit hier rumstehen und Endermänner schlachten. Kann man irgendwie herstellen? Nö, gut. Das ist blöd. Tja. Ansonsten. Müssen wir quasi auf nächste. Da ist noch einer. Enderperle? Nein. Schade. Da ist noch einer. Oder? War das einer, das war doch einer gewesen, oder? Ach, gib mir Enderperlen. Ja. Zieh aus. Da fällt nichts rein. Enderperlen. Ich will Enderperlen. Creeper. Masseneweise Creeper. So, Enderman. Tja, sieht schlecht aus gerade. Also würde ich sagen, machen wir damit nächste mal weiter, bis ich hier quasi, ja, mehr geschlachtet habe. Erstmal Sachen ablegen. Also, was bräuchte ich nicht? Das nicht. Das nicht. So, das weg, 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 weg. Ähm, weg, weg, weg. Weg. Okay. Enderman. Perle? 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 Perle! Noch eine Perle. Schafft er das? Schafft er das? Komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau. Ah! Enbridge, da ist noch einer, da ist noch einer, ich sehe ihn genau. Komm schon. Da vorne ist er, da, 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 da. Komm, 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 komm. Enderman, komm näher. Ich sehe dich ganz genau. Enderperle? Ich glaube nicht. Ihr vielleicht? Nein. Ja. Der ist down gegangen. Oh, fuck. Aha. Angucken. Komm her! Mann! Komm näher. Du sollst näher kommen. So, Trottel. Lass das. Stop it. Hey. Ich will dich opfern. Jetzt komm her. Willst du mich gerade sagen? Willst du mich eigentlich verkack-eiern? Aha. Da ist die letzte Enderperle. Oder? Wo ist sie hin? Der Vakuum hat sie gefressen. Nein. Okay, okay. Okay, okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Hut, tut, tut. Hot, 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 hot. Schnell schlafen. Und dann können wir die nächste Quest abgeben. Yay. Hot, 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 hot. So, Monster Drops. Das kann erstmal alles weg. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla. So. Zack. Um einen normalen Seed drumherum. Die hier liegen sollten. Ja. Ender-Lily-Seed. Wunderbar. Und. Claim Reward. So. Zwei Bags. Zwei Säpfel. Wow. Nix. Schön. Nee, es war ein Flop, ne? Flop, okay. So, wir kriegen auf jeden Fall erstmal ein neues Leben. Kling. Wird auch Zeit. Ähm. So, die Äpfel erstmal weg. Mei, so viele Äpfel. Schon heftig. Und was gibt's noch als Quessen? So. Running Red. 15 Buckets. Das ist kein Thema. 15, ne? Ja, 15. Das ist nun wirklich kein Thema. Ähm. Ähm. Select. Wunderbar. Hier sind 16 drin. Komm her. Und. Dann nehmen wir da einen raus. Schwupp. Und. Zack. Treffen wäre noch gut. Und schwupp. Quest. Fertig. Oh. Was passiert? Nein. Oh. Lol. Äh. Ja. Die verzauberten Äpfel. Ein ganzes Leben. Und noch neuer Hartkanister. Prima. Rewardback greater. Mal gucken, was daraus kommt. Ah ja. Das ist ganz okay. Okay. Nicht unbedingt Dinge, die ich jetzt dringend bräuchte. Aber das gibt es, glaube ich, sowieso hier nicht. Außer die jemanden. Oh. Es geht weiter, meine Freunde. Yippie. 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 Ich freu' mir. So. Äh. Aha. Ja. Nichts dergleichen brauch ich. Dat haben wir gemacht. Dat haben wir gemacht. Alles erledigt schon. Alles erledigt. Und Claim Reward. Und Claim Reward. So läuft dat. So läuft dat hier. Dat macht doch Spaß, ne? So macht dat Spaß. So. Die können alle weg. Ähm. Das kann weg. Das kann weg. Ah. Das ist noch ein Busch. Noch zwei Hard-Kanister. Das finde ich prima. Hard-Kanister. Zack. Sieben Stück. Das ist krass. Finde ich super. Ähm. Diamanten. Nochmal ein Leben. Upp. Das kann weg. Oh. Letzte Energy-Kanuits. Die können weg. Meine Reward-Bags. Bitte. Zack. Aha. Was? Flops. Aha. Und Flops. Okay. Gut. Dann. Zack. Oh. Upsi. Einmal. Entschuldigung. Haha. Äh. Nee. Halt. So. Und. Genau. Hier hatte ich. Ups. Noch einen. Schwupp. Äh. Okay. Die können wir erstmal weglegen. Glaube ich. Schwupp. Äh. Und. Okay. Also die Questline ist eigentlich durch, oder? Ja, ne? Ja. Dann können wir hier. Witchery. Oder. Primaticraft. Bucket of Water. Ist halt die Frage, schließt die eine Quest die andere aus? Ich weiß es gar nicht, aber ich denke, ich werde Primaticraft nehmen. Gibt es die andere noch? Ah, okay. Gut, gut, gut. Ne? Kein Problem. Wow. Ganz viel grünes Zeug. Gut. Oh. Teats of Poison. Okay, okay. Das kriegen wir auch hin. Aber erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge heißt es wieder mega viel Quests machen. Und wir haben noch einen, ups, einen Hart, nein, Hartkanister gekriegt. Schwuppdiwuppdi. Bald sind wir voll. Noch zwei. Dann haben wir die erste Reihe durch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.